Hallo meine Freunde, euer Coach. Hier ist Cecil. Heute geht es nicht um Gesundheit, nicht um Sport, nicht um Ernährung, sondern heute geht es um meine Auswanderung nach Dubai. Und wie es so ist, wenn man nach Dubai auswandert, ich bin jetzt seit genau einem Jahr hier und ihr habt auf Instagram alle abgestimmt, dass ich unbedingt ein Video darüber machen sollte. Deswegen kommt das heute und zwar nach dem Intro. Also meine Freunde, wir haben genau 13 Fragen, die wir jetzt im Q&A-Style durchgehen und ich hoffe, ich kann euch einen kleinen Einblick geben von Dubai. Vielleicht wollt ihr auswandern, vielleicht wollt ihr auch woanders hin auswandern und die Informationen helfen euch trotzdem oder euch trotzdem. Vielleicht wollt ihr gar nicht auswandern und möchtet einfach mal ein bisschen was inside Dubai hören. Wie dem auch sei, auf jeden Fall starten wir direkt jetzt. Du Cecil, also nach Dubai auswandern, das wäre auch interessant für mich, aber wie mache ich das denn? Also mache ich mich da selbstständig? Kann man da eine Firma aufmachen? Muss ich mich anstellen lassen? Wie macht man das denn überhaupt? Also der einfachste Weg ist natürlich, sich anstellen zu lassen. Das ist wirklich easy, dann kümmert sich die Firma um alles, die ganzen Beantragungen von Emirates ID, also da kriegt man wie so einen Personalausweis über eine gewisse Zeit, dann Resident Visa muss man beantragen, diese ganzen Sachen. Wenn man sich anstellen lässt und die Firma einen hierher holt, das ist das Einfachste. Da braucht man auch nicht wirklich viel Startkapital, eigentlich gar kein Startkapital. Das ist der leichteste Weg. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe hier natürlich eine eigene Firma eröffnet. Wenn man eine eigene Firma eröffnen will, dann braucht man schon Startkapital. Also für die ganze Anmeldung, für die Firma das anzumelden, dann muss man ein Büro sich anmelden und man zahlt in Dubai immer alles für das ganze Jahr voraus. Also man eröffnet die Firma und zahlt dann für das ganze Jahr die Gebühren und dann im nächsten Jahr wieder für das ganze Jahr. Also es geht hier in Dubai fast alles immer nach Jahresmieten und da braucht man schon wirklich so 15.000, 20.000 Euro. Man hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man, dafür braucht man allerdings Kontakte, in Dubai mit einem Einheimischen eine Firma eröffnen und die zweite Möglichkeit ist, dass man in der Free Zone, also in der Freihandelszone eine eigene Firma aufmacht. Dann ist man wirklich autark und ist der eigene Herr sozusagen. Bei der anderen Möglichkeit ist dann zwar jemand mit drin in der Firma, aber es ist jetzt nicht so, dass die euch irgendwie einschränken oder so. Also beide Möglichkeiten gehen, kosten allerdings also einmal sehr viel Geld und man muss sich um sehr viele Sachen kümmern. Also man muss die Emirates ID selber beantragen, man muss sich um das Büro kümmern, man muss Resident Visa beantragen. Es gibt ganz, ganz viele Schritte, die man da machen muss und man braucht sicherlich dafür zwei bis drei Monate, um das alles praktisch wirklich an den Start zu bekommen. Interessant, aber was ist eigentlich mit den Wohnungen? Also ist es da leicht eine Wohnung zu finden und wie teuer ist das eigentlich? Wohnung finden ist gerade zurzeit günstig. Also die Preise gehen echt runter. Also jetzt gerade findet man sehr günstig, sogar in guten Lagen, also jetzt zum Beispiel Dubai Marina am Yachthafen oder JBR findet man Wohnungen vergleichbar mit den Mietpreisen in Hamburg, sage ich jetzt mal, oder in München. Also nicht so teuer und zentral gelegen, direkt am Strand, wirklich sehr gut. Also die Preise, die Mietpreise sind in den letzten ein, zwei Jahren um 20, 30, 40 Prozent runtergegangen. Also wirklich günstig und der Grund ist, weil in Dubai wird gebaut ohne Ende und das ist so geil, weil es entstehen immer ganze neue Viertel, also komplett neue Sachen, die dann einfach aus nichts da sind innerhalb von zwei Jahren. Also es ist wirklich krass. Also es werden Wohnungen gebaut, gebaut, gebaut und deswegen eigentlich egal, wo man in Dubai hingeht und so ein Gebäude sieht und sagt, hier würde ich eigentlich ganz gerne wohnen, kann man im Internet gucken, auch das Gebäude und da sind sicher zwei, drei, vier Wohnungen frei in dem Gebäude. Und das kenne ich aus Hamburg gar nicht. Also in Hamburg, da hast du auf eine Wohnung 50, 60 Bewerber. Also das ist wirklich ein Unterschied. Deswegen ist jetzt gerade nach Dubai ziehen von den Mietpreisen her echt günstig. Aber es ist fast immer so, dass man die gesamte Jahresmiete auf einmal zahlen muss. So war es früher immer. Aber heutzutage, weil die Wohnungen nicht mehr so schnell vermietet werden, lassen sich einige Vermieter auch darauf ein, in zwei Raten, in drei, in vier Raten zu bezahlen. Also halt vierteljährlich oder halbjährlich. Aber standardmäßig müsst ihr wissen, dass es meistens immer nur eine Jahresmiete ist. Also ihr müsst schon mal das Geld für ein Jahr Miete auch noch beiseite haben. Also einmal, wenn man eine eigene Firma anmeldet, muss man schon mal so 20.000 beiseite haben. Und wenn man dann noch eine Wohnung für das ganze Jahr kaufen will, nochmal, keine Ahnung, 15.000, 20.000 Euro. Und deswegen ist der leichteste Weg halt sich anstellen zu lassen. Weil dann kümmert sich die Firma auch um die Wohnsituation. Das ist dann wirklich einfacher. Ah, das ist ja echt ganz gut, ne? Aber sag mal, wie sind denn so allgemein die Lebensunterhaltskosten in Dubai? Weil man sieht ja immer Dubai, Millionen, alles nur Millionäre und so. Kann man da auch ganz normal wie in Deutschland leben, oder? Ja, die allgemeinen Kosten. Man kann in Dubai ohne Probleme eine Million jeden Monat ausgeben. Das funktioniert. In Dubai funktioniert es. Aber im Großen und Ganzen ist Dubai eigentlich genauso wie Deutschland. Also man hat verschiedene Sachen, die hier sehr viel teurer sind, aber man hat auch viele Sachen, die hier sehr, sehr viel günstiger sind. Also wenn man zum Beispiel Gemüse kauft, dann ist es viel günstiger als in Deutschland. Also wirklich zum Teil viel günstiger. Und so Sachen wie Ingwer kostet hier, glaube ich, ein Kilo, zwei Euro oder so. Oder Papaya, ein Kilo, zwei Euro. Also oder Möhren, irgendwie ein Kilo, 40 Cent. Also das sind Sachen, die sind hier wirklich richtig günstig. Auf der anderen Seite ist Benzin auch richtig günstig. Das wisst ihr wahrscheinlich. Also wirklich nur ein Viertel von unserem Preis. Dann, wenn man ein Auto versichert zum Beispiel, sehr günstig. Also ein Bekannter von mir hier in Dubai hat einen Rolls Royce und ihr wisst wahrscheinlich, was ein Rolls Royce in der Versicherung in Deutschland kostet. Also so ungefähr 1000 Euro im Monat oder so. Und hier in Dubai hat er das Auto versichert für 2000 Euro im Jahr. Das sind 160 Euro. Ihr wisst, was ihr für euren, egal welchen Wagen ihr habt, an Vollkasko bezahlt. Und das ist hier für einen Rolls Royce. Also Versicherung, auch Krankenversicherung, das ist alles wirklich hier viel günstiger als bei uns. Aber so Sachen wie Mieten sind halt schon so gehobener Preis in München oder Hamburg. Und was ist hier noch teuer? Ja, einkaufen gehen. Also zum Beispiel, wenn ihr shoppen geht oder so. Das ist hier auch teurer als in Deutschland. Aber im Großen und Ganzen kommt man mit dem Geld, wenn man vernünftig umgeht, ja genauso aus wie in Deutschland eigentlich. Hm, das ist echt interessant. Wie sieht es da eigentlich mit der Kriminalität aus? Kriminalität gleich Null. Und da sagen jetzt natürlich alle gleich wieder, was Null, kannst du gar nicht sagen, da gibt es auch Kriminalität. Ja, ich bin auf dem Kiez in Hamburg groß geworden. Für mich gibt es hier Null Kriminalität. Also es ist wirklich Null Kriminalität. Und manche denken dann immer, es gibt hier keine Kriminalität, weil die Strafen besonders hoch sind. Und das ist fernab von der Realität. Nicht, weil die Strafen hier nicht hoch sind, sondern weil in den USA kriegst du fünffache lebenslänglich, wenn du irgendwas machst. Und die sind trotzdem kriminell ohne Ende und schießen sich gegenseitig ab. Das heißt, Kriminalität kommt nie, weil die Strafen höher sind, sondern kommt immer wegen Armut. Das ist das Problem. So entsteht Kriminalität, weil die Leute nicht wissen, wie sie zurechtkommen sollen. Und dann denken sie, ich kann nicht zurechtkommen und ich klaue. Oder ich überfalle den. Oder ich breche ein. Oder ich mache sonst was für einen Scheiß. Und das gibt es hier überhaupt nicht. Und warum gibt es das hier nicht? Weil die Struktur ist so, du kommst nicht nach Dubai rein. Also du kommst gar nicht rein, weil du brauchst Resident Visa, du musst hier, oder du bist halt Urlauber. Aber du kommst nicht einfach nach Dubai rein, um hier zu leben. Das geht einfach nicht. Also das heißt, wer ist hier drin? Es sind einmal die Einheimischen hier. Die machen nur 10% aus. Also 90% sind Ausländer in Dubai. So, und wer kommt an Ausländer? Also einmal die, die hier eine eigene Firma aufmachen. Leute, die eine eigene Firma aufmachen, beklauen eigentlich nicht Menschen oder rauben nicht andere Menschen aus. Dann kommen die Leute hierher, die sich anstellen lassen. Zum Beispiel für eine Versicherung oder als Makler oder als, keine Ahnung, irgendwas. Werbeagentur oder so. Das sind auch Menschen, die verdienen gutes Geld alle hier. Also die Einheimischen verdienen sowieso genug Geld und die, die herkommen auch. Und die, die nicht so viel verdienen, das sind die Arbeiter praktisch. Und die kommen aber auch her, weil sie hier Arbeit haben. Aber über den Punkt sprechen wir später nochmal gesondert. Auf jeden Fall gibt es hier keinen, der irgendwie es nötig haben müsste, jetzt andere Menschen zu überfallen oder eine Wohnung auszurauben. Und es ist auch hier alles Video überwacht. Also ich gehe aus meiner Tür und das ist für mich als Kiezjungen echt krass. Ich habe früher, selbst als ich Erste Liga Basketball gespielt habe, war ich der Einzige in der ganzen Ersten Liga, der seine Tasche, seine Trainingstasche, nicht in der Umkleidekabine gelassen hat, sondern mit ins Stadion reingebracht hat und hinter meine Bank gestellt hat, weil ich misstrauisch war. So und hier in Dubai lasse ich meine Wohnungstür immer auf. Also wenn ich jetzt zum Einkaufsmarkt runtergehe, lasse ich die Wohnungstür auf. Ich lasse, wenn ich essen gehe, lasse ich meinen Laptop auf dem Tisch stehen, weil ich weiß, es wird nichts passieren. Das ist unglaublich. Wenn ich im Fitnessstudio in Hamburg trainiert habe, da stelle ich ein Shampoo hin, drehe mich um, sage, ich habe mein Shampoo vergessen, gehe zurück, ist weg. Wo ich so denke, Alter, ein Shampoo für 70 Cent. So, also hier, die Struktur, es passt nicht. Also man sieht auch ein Handy einfach irgendwo auf dem Tisch liegen und das fasst keiner an. Die Leute kommen dann halt fünf Stunden spät. Eine Story muss ich euch jetzt erzählen. Bei der Cheesecake Factory, falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr das. Bei der Cheesecake Factory esse ich immer meinen Lieblingssalat. Und ich bin ja gut mit den Mitarbeitern, weil wir immer so reden und so. Und der hat mir erzählt, ein Geschäftsmann hat einen Koffer da stehen gelassen auf seinem Platz. Da waren vier Millionen Dürrham drin. Also eine Million Euro in seinem Koffer. Und was hat er gemacht? Also wenn man eigentlich normalerweise so eine Million irgendwo vergisst, dann läuft man eigentlich direkt wieder zurück. Er aber nicht. Er ist noch weiter shoppen gegangen. Und er kam dann nach fünf Stunden zurück. Und hat gesagt, ich war vor fünf Stunden hier essen. Ich habe meinen Koffer hier vergessen. Ist er noch da mit einer Million, also mit vier Millionen Dürrham drin. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, er ist noch hier. Wir müssen die Polizei rufen, damit wir sicher sind, dass es auch ihm gehört und so. Ja, ja, alles klar. Polizei gerufen. Genau. Hat er den Koffer einfach mitbekommen. Hat natürlich keiner geklaut. Und hat er den irgendwie Mitarbeitern irgendwie, keine Ahnung, 1.000 Euro Trinkgeld gelassen oder irgendwie so. Hier in Dubai ist eine Million auf dem Tisch und es klaut keiner. Das nenne ich keine Kriminalität. Ja. Oder wenn ich im Handy mal gucke mit deutschen Nachrichten, oh, Kinderschänder oder jemand umgebracht, jemand auf der Straße oder Frau vergewaltigt oder so, dann denke ich immer nur so, boah ey, ey, sowas, ich bin ein Jahr weg von solchen Storys. Also gibt's hier nicht. Ja, okay, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, mir ist das wirklich zu heiß da. Also ich glaube, das könnte ich echt nicht aushalten. Wie hältst du das eigentlich aus? Mit der Hitze? Für mich. Ich liebe. Wenn ihr mir folgt auf Instagram, wirklich, ihr wisst, ich liebe die Hitze. Und es ist so, also es sind eigentlich nur zwei Monate, über die wir sprechen, wo es zu heiß sein könnte. Für mich nicht. Aber in den zwei Monaten gehe ich jetzt auch nicht an den Strand und lege mich dann an den Strand. Nein. Sondern in den zwei Monaten hält man sich halt in den Räumen auf oder in der Mall auf oder fährt im Auto von A nach B. Und hier das Gute in Dubai ist, alle Klimaanlagen, du steigst ein Auto ein, drückst auf den Knopf, es ist kühl. Sofort. In Deutschland, weiß ich noch, wenn es mal Sommer war, dann setze ich mich ins Auto. Ich bin schon längst angekommen, 20 Minuten bevor die Klimaanlage überhaupt irgendwas hochbringt. So, oder in der Wohnung. Da sind ja keine Klimaanlagen, das ist dann immer schwül, immer eklig gewesen. Das ist hier null. Also man ist halt in diesen zwei, drei Sommermonaten nicht draußen und geht am Strand entlang. Das macht man nicht. Also weil das Leben findet hier auch so viel Innen statt, dass man das überhaupt nicht braucht. Und das Geile ist, die ganze andere Zeit, also die ganzen zehn anderen Monate, es ist immer um die 28 bis 35 Grad. Also man kann das ganze Jahr über an den Strand gehen, sich hinlegen, Sonnen, reinspringen, ins Wasser und ist mega geil. Okay, verstehe. Und wie sind so die zwischenmenschlichen Beziehungen, also wie sind die Menschen da eigentlich? Ja, die Menschen, ey. Das war ja mit ein Grund, warum ich ausgewandert bin. Also, dieser Stress von den Menschen, also so echt Stress sein. Null. Hier. Gar nicht. 0,0. Am Anfang bin ich noch immer hergekommen und hab gedacht, ja, wenn ich nicht gleich losfahre an der Ampel, dann hupen die alle. Warum hupen die mich an? Und hab so in deutscher Manier gedacht, so, oh, jetzt guck ich mal rüber, warum der jetzt gehupt hat. Und dann guck ich so und der andere ist einfach im Auto. Und ich denke so, hä, warum guckt der denn nicht mal rüber? Ich meine, der hat mich doch gerade dreimal anguckt. Weil das hier nicht böse ist, sondern es ist nur, ey, ist grün, fahr. Oder ey, guck mal, ich will da rein. Hier gibt es nicht aufeinander sauer sein, weil man mit dem Auto rechts rein will. Ich fahre in der Schlange, fahre ich ganz nach vorne, blinke, setze an, du wirst immer reingelassen. Und wenn du hier fährst, du lässt auch jeden anderen rein. Es gibt hier in einem Jahr, ich habe in Deutschland jeden Tag Situationen gehabt, wo sich Leute aufgeregt haben, einen Arschloch genannt haben, einen Fackfinger gezeigt haben. Alter, das ist nur Autofahren. Wir sind keine Formel 1. Es ist nur Autofahren. Kann ich da bitte rein? Geht das? Reichsverschlussverkehr. Was ist da dann so schwer? Gibt es hier in einem Jahr nicht annähernd irgendwas? Es ist echt krass. Man lässt sich gegenseitig rein. Neulich habe ich einen Unfall mitbekommen. Das war auch so geil. Ich gehe über einen Zebrastreifen hinter mir. Also das war so eine ganz ruhige Straße, wo man eigentlich sowieso nur Schrittverkehr fährt. Also direkt JBA am Strand. Und ein Bus war vor mir und ich bin über die Straße gegangen und der Bus hat angehalten. Und dahinter war ein LKW. Und der LKW hat es wohl nicht gecheckt und ist voll gegen den Bus hinten reingeknallt. Und der Bus ist richtig so ein Satz zu mir. Also nicht jetzt bedrohlich nah, aber ich habe schon gedacht so, ey, was war das denn? Dann gehe ich weiter, merke, dass er hinten richtig reingeknallt ist. Steigt der LKW-Fahrer aus. Der Busfahrer in Deutschland wäre gleich so, ey, bist du bescheuert? Ey, kannst du nicht gucken? Und die beiden so, hi, wie geht's? Er ist erst mal sich begrüßt, hi. Sind die beide hinten ans Auto gegangen, haben da so gestanden, drauf gezeigt. Haben so ein bisschen geredet, so, ey, mega entspannt. Das war ein Busfahrer mit Leuten drin und ein LKW-Fahrer. Da habe ich gedacht, ey, wie entspannt kann man denn sein? Ey, das ist echt krass. Also, um es kurz zu machen, das ganze Leben hier, das Zwischenmenschliche ist freundlich. Egal wer, egal welcher Job. Es gibt überall für einen Job. Also, du hast auch, wenn du in ein Parkhaus reinfährst, hast du Leute, die stehen da, wenn du aus dem Auto die Karte da reinstecken willst, damit die Schranke hochgeht. Das ist deren Job, die Karte anzunehmen und das da reinzustecken. Und die lachen dich alle freundlich an und wünschen dir einen schönen Tag. Egal wo. Und das liebe ich an Dubai. Gerade dieses Zwischenmenschliche. Ja, ich habe gehört, da gibt es aber so hohe Strafen oder so mit Strafzetteln und so. Wie ist das denn eigentlich? Ja, die Strafen, das ist ein geiles System. Es ist wirklich ein geiles System. Warum? Es gibt Richtlinien. Es gibt Grenzen. Und die überschreitest du auch nicht. Ganz einfach. Wenn da steht, 100 Stundenkilometer fährst du auf der Autobahn, dann fährst du 100. Ganz einfach. Wenn du mehr fährst, es gibt eine Toleranzgrenze. Aber wenn du halt geblitzt wirst, kostet es halt gleich 300 Euro oder so. Ja, musst du halt bezahlen. Dann hast du halt Pech gehabt. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst hier, hast du halt Pech gehabt. Weil man kann sich ja an die Regeln halten. Und das finde ich geil. Und wisst ihr, was ich noch geil finde? Wenn du dann erwischt wirst, will das der Staat nicht haben. Du kannst entscheiden. Der Staat fragt dich dann. Du kriegst eine SMS. Also wenn du irgendwann eine Autobahn langfährst und eine SMS kriegst, kann die Polizei sein. Und dann steht da, hier, sie sind zu schnell gefahren oder was auch immer, haben irgendeinen Verstoß. 400 zum Beispiel Dürr haben oder 800 Dürr haben, 200 Euro. Sagen sie, suchen sie selber aus, wohin sie das spenden möchten. Das heißt, du spendest dein Geld. Ey. Mega geil. Ja und wenn man so Rechnungen bezahlen muss, macht man das über Kreditkarte? Oder wie bezahlt man da zum Beispiel, keine Ahnung, Wasserrechnung? Oder wie funktioniert das alles da? Rechnung bezahlen. Mega ey. Also in diesem Jahr, ich habe ja das ja alles kennengelernt, wie das hier funktioniert und so. Ey, es ist so ein geiles System. Du willst irgendwo parken? Kein Problem. Schreibst eine SMS. Da steht eine Nummer. Schreibst eine SMS. Kriegst eine Bestätigung. Kostet 30 Cent oder 40 Cent oder so. Und dann nach einer Stunde kriegst du wieder eine SMS. Willst du verlängern? Dann tippst du nur Ja oder Nein. Und wenn Nein, dann läuft es halt aus. Fertig. Das war's. Nicht Zettel, irgendwie das, gar nichts. Einfach SMS. Ganz easy. Wenn du eine Rechnung bezahlen willst. Und das liebe ich. Dann habe ich erst gehört, ja, wo zahle ich denn meine Wasserrechnung und so? Ja, kannst du an der Tankstelle bezahlen. Ich so, hä? An der Tankstelle? Ich so, wie an der Tankstelle? Und dann habe ich echt mit dieser Nummer, bin ich dann in die Tankstelle gegangen, weil ich es mal probieren wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier die Rechnung, so und so viel Dürrham. Und dann hat er gesagt, ja, okay, aber das müssen Sie bar bezahlen, weil das nicht mit dem Kassensystem geht. So. Dann habe ich gesagt, okay, die Rechnung war dann glaube ich 700 Dürrham, also so 170 Euro oder 80 Euro. Habe ich gesagt, ah, ich habe nur 500 Dürrham. Das ist ja blöd, da muss ich noch kurz zum Geldautomaten. Hat er gesagt, ja, Sie können auch einfach 500 Dürrham zahlen. Ich so, wie 500? Aber die Rechnung ist doch 772 und 50. Sag er, ist doch egal. Dann geht es das nächste, äh, nächsten Monat wird das draufgerechnet. Also du kannst hier bezahlen, wann du willst. Es ist egal. Du kannst auch 100 Euro zu wenig oder zu viel zahlen, dann wird es aufgerechnet. Es ist mega entspannt. Wenn du nicht bezahlst, keiner nervt dich. Wenn du deinen Strafzettel nicht bezahlst, sagen wir, du wirst geblitzt und du kriegst die Rechnung. Und du bezahlst nicht. Kriegst du keine Mahnung, keinen Gerichtsvollzieher, kein gar nichts. Du hörst gar nichts von dem. Aber dann im nächsten Jahr, wenn du dein Auto wieder verlängern willst, die Versicherung, oder wenn du irgendwie was machen musst mit Führerschein umtauschen oder so, dann sagen die, hey, Moment mal, hier ist noch die Rechnung. Sie können erst wieder was machen, wenn sie die Rechnung bezahlt haben. Aber keiner nervt dich, ey. Alleine das schon, ey, mit dem Papierkram in Deutschland. Ich bin durchgedreht. Es gibt manche Sachen, die liebe ich und manche Sachen, die hasse ich. Ständig Briefe zu bekommen, oh, geil. Okay, es hört sich eigentlich gut an. Aber ich habe noch so ein paar Punkte. Wie ist das mit den Steuern da jetzt? Also zahlt man da wirklich wenig Steuern und muss ich mich dann in Deutschland abmelden? Oder wie mache ich das eigentlich alles dann? Steuer. Also in Dubai gibt es 5% Mehrwertsteuer. Aber es gibt ansonsten keine Gewinnsteuer oder keine sonstigen Steuern. Gibt es nicht. Was ihr machen müsst, wenn ihr nach Dubai auswandert wirklich, ihr müsst wirklich die Zelte komplett in Deutschland abbrechen. Das heißt, ihr müsst alles abmelden, was ihr habt. Ihr dürft keinen Rückzugsort, ihr müsst euch in Deutschland abmelden. Ihr müsst wirklich offiziell auswandern, dass nichts mehr in Deutschland ist. So, wenn ihr zum Beispiel eine Immobilie habt in Deutschland, dann bleibt ihr in Deutschland. Das ist kein Problem. Dann wird sie auch nach deutschem Recht ganz normal versteuert und so. Aber wenn du nicht mehr in Dubai, in Deutschland gemeldet bist und zum Beispiel in Dubai gemeldet bist, dann versteuerst du nur noch das Jahr, in dem du in Deutschland gelebt hast, bis zum Ende und ab dem nächsten Jahr wirst du halt nach Dubai Recht versteuert. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin kein Steuerberater und wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, dann verzeiht mir. Das ist auf jeden Fall die Information, die ich habe und ihr könnt euch da selber erkundigen, nur dass ich kein Quatsch rede, aber nach meiner Information ist es auf jeden Fall so, dass ihr das Jahr noch versteuert und dann im nächsten Jahr habt ihr halt nach Dubai Steuerrecht, weil ihr dann nicht mehr in Deutschland lebt, nichts mehr mit Deutschland zu tun habt und so ist es. Und zum Beispiel, ich glaube, wenn ihr hier in der Freezone, also in der Freihandelszone eine Firma eröffnet, dann habt ihr 50 Jahre Steuerfreiheit garantiert. Aber das ist auch eine Information, die weiß ich nicht zu 1000%, aber ich glaube, es ist so. Okay, hört sich cool an, aber ich glaube, also Frauenrechte und darf man da dann so wirklich so frei rumgehen oder muss man die Schultern und den ganzen Körper bedeckt haben oder wie sieht das da eigentlich dann aus? Ja, ja, immer, ich höre wirklich, ihr schreibt mir über Instagram immer, ey Cecil, und wie kannst du denn in so ein Land ziehen, wo die Frauen so unterdrückt werden und boah, wenn ich jetzt nach Dubai will, muss ich dann komplett mich einhüllen von oben nach unten und so. Das höre ich ständig. Und ich weiß immer, wenn ich diese Nachrichten bekomme, zu 100% war es in einem Jahr nicht einmal anders. Ich weiß immer, dass das Leute schreiben, die noch nie hier waren und die dem Internet glauben. Hier leben 90% Ausländer und die Ladies liegen hier am Strand mit dem Stringtanker. Okay? Natürlich darf man nicht öffentlich hier irgendwie Sex haben am Strand, aber das darf man auch nicht in Deutschland. Aber es gibt keine Einschränkung, dass du irgendwas nicht anhaben darfst oder gar nichts. Wenn man in Behörden geht, also Behördengänge hat, dann ist es eine Form von Respekt hier, dass man zum Beispiel da nicht in Badelad schon kurzer Hose rein spaziert. Den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht, dass ich die ganzen Anmeldungen machen musste, da war ich in einer kurzen Hose. Hat der Security-Mann gesagt, nicht mit kurzer Hose, kaufen Sie sich eine lange Hose. Dann bin ich echt unten in so einen Sportladen gegangen und habe mir so eine lange Jogginghose gekauft, dann war es okay. Also es gibt halt hier Respektform. So, ey, das ist eine Behörde offiziell, da soll man sich, ja, angepasst anziehen, nicht wie so ein blöder Urlauber. Aber ansonsten, ey, ist alles Hirngespinst, was im Urlaub steht. Das schreibt niemand, der schon mal hier war. Ist einfach Quatsch. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil. Gerade die Frauen haben hier so, ey, Privilegien, das ist unglaublich. Also, zum Beispiel, wo ich gerade sage, in der Behörde gibt es immer vorne die erste Reihe, ist nur für Frauen. Das sind rosane Stühle und da dürfen sich nur Frauen hinsetzen, das ist vorne. Und die Männer müssen dahinter. So, oder es gibt Taxen, extra für Frauen. Also das Taxi fährt auch eine Frau, das sind die Taxen, die so ein rosanes Dach haben. Dann haben sogar, ich glaube, in der Bahn, in der Metro, haben Frauen sogar auch ein extra Abteil, wo sie dann nicht gestört werden wollen von den Männern. Also alles Privilegien. Krass. Oder, was ganz krass war, habe ich auch schon mal auf Instagram erzählt, es gab hier einen Frauenwelttag. Also es gibt ja einen Frauenwelttag, nicht nur hier, sondern überall. Und an dem Tag haben sie vom Start her gesponsert, an alle Frauen, die mit Kindern unterwegs waren, Rosen verteilt. Haben sie gesagt, ja, Mutter, herzlichen Glückwunsch, Frauenwelttag, eine Rose verteilt. Haben die hier Veranstaltungen gemacht. Habt ihr irgendwo anders schon mal eine Rose bekommen am Frauenwelttag? Nein, gibt's nicht. Hier werden die Frauen richtig respektiert, man merkt das. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, was soll ich für ein Beispiel sagen, wenn man jetzt im Fahrstuhl steht oder so und eine Frau kommt rein, dann, die wird nicht so angegafft oder so. Die gucken dann alle weg. Das macht man hier nicht. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche blöden Urlauber dann trotzdem die Frauen, aber Frauen werden gerade, wenn sie mit Kindern hier unterwegs werden, nicht angesprochen oder hinterhergefiffen. Also wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn eine Mutter da mit dem Kinderwagen langt, und sie sagt, hey Baby und so. Hier undenkbar. Die Frauen werden hier echt anders respektiert, als zum Beispiel das, was ich kenne aus Deutschland. Und lustigerweise haben mir auch sehr, sehr viele in dem Jahr, sehr, sehr viele Frauen geschrieben über Instagram. Ey, gerade deswegen habe ich Dubai so angenehm empfunden, weil ich mal nicht die ganze Zeit angegafft wurde und angelabert wurde. Und das halt, selbst wenn man mal angesprochen wird, ist es respektvoll. Nicht dieses, ey, geil. Sondern es ist so, hey, ich bin so und so. Und wenn die sagt, nein, danke, ich gehe weiter, dann halt nicht. So, aber es ist halt anders. Es ist anders. Das ist so das, was ich in einem Jahr festgestellt habe. Ihr könnt aber auch über alle Punkte, auch gerne unten reinschreiben, ob ihr schon mal in Dubai wart, ob ihr das auch schon kennt, was ich erzähle hier oder ob ihr noch nie da wart, ob ihr mal hin wollt, ob ihr auch diese Gruselgeschichten gehört habt von Dubai. Glaubt mir, ich würde nicht nach Dubai auswandern und hier glücklich sein, wenn hier Unterdrückung stattfinden würde und boah, wer weiß was, was man alles denkt. Dann würde ich einfach sagen, nee, dann wandere ich woanders. Ich kann ja überall hin auswandern, wo ich nicht will. Deswegen, nein, es ist anders. Aber schreibt mir gerne eure Erfahrungen rein, ob ihr in Dubai wart. Gehen wir zum nächsten Punkt. Okay. Und was kann man da so für Aktivitäten machen? Also gibt es da auch so, keine Ahnung, wie in Deutschland so einen Jahrmarkt oder was macht man da so? Aktivitäten sind hier, ich sage ja, ihr könnt in Dubai, ihr könnt alles machen. Ihr könnt mit so einer Slidebahn von oben, vom Hochhaus euch runterseilen lassen. Ihr könnt Fallschirm springen, ihr könnt Hubschrauberflüge machen, ihr könnt in Wasser, die haben hier Wasserparks, das ist einfach nur krass. Dann haben sie hier verschiedene Veranstaltungsorte wie Global Village, wo einfach mal so die ganze Welt praktisch nachgestellt wird mit allen Attraktionen und jedes Land hat einen eigenen Riesenplatz, wo er so die Produkte aus dem eigenen Land vorstellt. Dann gibt es hier für Kinder so viele Motion Gate, heißt das eine, wo man dann Komfu Panda gucken kann. Und das sind alles Sachen, das ist so, ich kenne von Hamburg aus so den Hamburger Dom. Da geht man in die Geisterbahn oder so, dann ist da so ein Klappergerüst so so Eisen. Und hier, wie die das machen mit 3D-Animation, mit alles so. Du denkst wirklich, du gehst in so einen Shrek zum Beispiel rein und dann denkst du, du bist wirklich im Wald bei Shrek. Und dann wirst du so durch dieses, habe ich auch schon öfter auf Instagram gezeigt, folg mir unbedingt auf Instagram, da habe ich immer Storys. Also hier gibt es einfach so, oder in Abu Dhabi gibt es gibt es Warner Brothers, also hier gibt es einfach Aktivitätsmöglichkeiten, es ist wirklich unglaublich. Okay, ja cool. Ich habe Kinder, wie ist das denn dann mit den Kindern, also das Bildungssystem, geht man dann auf eine lokale Schule oder wie macht man das? Das ist ein guter Punkt. Gerade wenn ihr Kinder habt und so denkt, oh ja, aber ich würde ja gerne auswandern nach Dubai, aber nee, mit meinen Kindern und so, Schule und, ey, hier das System, es kostet Geld. Also, Schulsystem ist zum Beispiel teuer. Das wird in Deutschland bezahlt, das ist hier nicht so, also wenn ihr zum Beispiel euer Kind in der International School anmeldet, da müsst ihr schon im Monat so rechnen, dass ihr 1200, so in den ersten Jahren und wenn die später größer werden, so die letzten Klassen, muss man schon in einer guten International School hier so im Monat 1700 Euro hindenken. Es gibt auch sehr viel günstigere Schulen, das geht dann so bei 500, 600 Euro los, aber es kostet Geld. Also, das Schulsystem für die Kinder kostet hier Geld. So, das ist auf jeden Fall Fakt, das muss man einplanen. Wenn man jetzt von einem Arbeitgeber hergeholt wird, dann ist es meistens so, dass der Arbeitgeber sagt, okay, ich zahle die Hälfte zum Beispiel von den Schulgebühren. Das ist so der Teil, wo man sagt, ja okay, dann braucht man halt Geld. Aber, das Bildungssystem und das Ganze drumherum ist brutal, also wirklich brutal, was gefällt mir daran am besten? Erstmal gibt es Schuluniformen und da werdet ihr erstmal angehalten, dass ihr die mit Respekt behandelt. Also, es geht alles nach Richtlinien. Nicht so wie bei uns, in der Pause alle so mit Frisbee und eine Bananenschale gegen die Wand klatschen und so, sondern es sind Richtlinien. Es ist liebevoll, ich habe da Sachen gesehen, es ist wirklich liebevoll, aber strikt. Also, wenn zum Beispiel jemand auf dem Schulhof, so die älteren Schüler, haben die so eine Krawatte und wenn die Krawatte dann so aufgemacht ist und das Hemd ist hier auf, dann guckt er sich die Tür und sagt, Krawatte zumachen und die machen das dann zu und gehen weiter. Oder wenn man durchs Schulgelände geht und da sind so aus der, sagen wir mal, siebten Klasse oder so und die gehen von einer Klasse in die andere Klasse, dann gehen die in einer Reihe. Ey, die gehen in einer Reihe. Alle freundlich, alle nett. Eine Null-Mobbing. Wenn du mobbst, wirst du rausgeschmissen aus der Schule. Es gibt eine Null-Toleranz-Grenze. Null. Also, es gibt kein Mobbing. Das ist nicht gewünscht. Und es ist so ein gutes, ich finde das gut, weil es ist einmal so liebevoll und so unter Kontrolle. Also da, dass das Kind irgendwie so abdriftet oder so Drogen nimmt oder so Drogen in Dubai. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwo Drogen geben. Aber so, wenn ihr Angst habt in Deutschland zum Beispiel, oh, Alkohol oder Drogen oder Abdriften, in Dubai ausgeschlossen. In Dubai ausgeschlossen. Geht gar nicht. Und das ist das, was geil ist. Und wenn das Kind zum Beispiel nach Hause kommt, dann machen die Eltern mit dem Kind Schulaufgaben, weil die Eltern müssen jeden Tag im Schulheft, also die Aufgabe, dann zusammen machen und die Eltern müssen jeden Tag einen Ab, also unterschreiben. So, und dann nimmt das Kind das mit. Das heißt, es ist ein geiles System, dass die Eltern sich kümmern müssen. Nicht so, ah, warst du eine Schule? Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Sondern die Eltern müssen sich kümmern. Die Eltern müssen unterschreiben. Das Kind muss abgeben. Es ist alles so geregelt. Und das ist, ey, das finde ich mega geil. Und was ist zum Beispiel auch geregelt? Ihr wisst, mit meinen gesamten Gesundheitsvideos, jetzt sind vielleicht neue Zuschauer hier, die sich für Dubai interessieren, aber auf meinem Kanal geht es ja um Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Was in Deutschland los ist mit dem Gesundheitssystem? Ey, nein, McDonalds ist gesünder für dich als eine Paprika. Das bekommt ihr auf Quarks zu hören. Auf einem Wissenschaftssender. Es ist brutal. Wie ist es hier in Dubai? Ministry of Education hat ein Gesetz praktisch erlassen für alle Schulen, die müssen sich alle dran halten, sieben verbotene Nahrungsmittel. Und das waren irgendwie so, man darf in die Schule keine Cola, Fanta und so mitnehmen, man darf keine Chips mitnehmen, man darf keine Schokoladesüßigkeiten mitnehmen, man darf, was war das noch? Das waren so sieben Sachen, wo ich sage, Alter, richtig gut, dürfen die nicht, ist verboten. Darfst du nicht mitnehmen? Ey, wie geil ist das? Das heißt, es bewahrt eure Kinder vor dem sicheren Tod, vor den 70% der Menschen, die an den Zivilisationskrankheiten durch eine schlechte Ernährung und Lebensführung sterben. 70%. Davor bewahrt euch dieses Gesetz. Ich finde das mega. Wenn ihr lieber keine Kontrolle über euer Kind haben wollt und einfach keine Ahnung was heute in der Schule, morgen, egal wie, Schulaufgaben, egal. Wenn ihr das lieber mögt, weil das Kind dann, keine Ahnung, sich freier oder was auch immer, dann macht ihr das. Aber ich finde das System mega gut. Und ich habe eine Situation im Kindergarten, jetzt denkt man so, das sind alles so militäre Roboter. Nein, es ist genau das Gegenteil. Hier im Kindergarten, ein Kind im Kindergarten, habe ich selber mit meinen eigenen Augen gesehen, konnte nur Arabisch, konnte noch nicht Englisch und hatte nur eine Bezugsperson und war dann am Spielen in den Links und dann war die Bezugsperson rausgegangen oder weg oder so, hat er mega angefangen zu heulen. Also richtig so, hat Sachen genommen, die gegen die Wand geschmissen, so äh, richtig, wo in Deutschland wahrscheinlich gleich wäre, eine Elternkonferenz hätte sofort stattgefunden, weil das Kind seine Aggression nicht in den Griff kriegt und wahrscheinlich das auf elterliche Probleme, sind die Eltern vielleicht Alkoholiker, zurück, wisst ihr so, Alter, entspannt euch mal. was haben die gemacht? Die waren nicht sauer auf den Kindern, die haben zu zweit, beide Betreuer, sind hingegangen, haben den beiden, haben den beiden so in den Arm genommen, mit ihm geschaukelt und so, so geküsst an der Backe und er erst so, nee, dann hat er hier die ganze Zeit Küsschen gekriegt und er so, und dann hat er gelacht, haben die ihn nach 10 Sekunden wieder runtergelegt und dann ist er wieder zu seinem Spieldings gehabt und hat mit allen weitergespielt. Da dachte ich, ey, liebevoll, aber trotzdem strikt. Setzt euch an den Tisch, macht die Hände so, wenn Essen kommt, so, aber liebevoll. Wenn dann ein Kind nicht macht, es ist eine andere Welt. Also, um es kurz zu machen, wenn ihr Kinder habt und denkt, oh nein, Dubai, ich weiß nicht, gerade für die Kinder, ey, was hier los ist, Kinderkriminalität, wenn ihr ein Kind zum Beispiel, ey, in Deutschland oder so, da hätte ich ja immer so, boah ey, ob das Kind alleine zur Schule kann oder so, vielleicht irgendjemand tut ihm was Schlimmes, was man da alles in der Zeitung, hier, du kannst dein Kind egal wo, dein Kind wird niemals, jemand hier in Dubai Frauen oder Kinder anzugreifen, ist hier unvorstellbar. Dein Kind kommt sicher nach Hause, sicher. Sicher, okay? Es ist unglaublich. Okay, hört sich echt alles richtig gut an, aber jetzt mal ein ernstes Thema, lass das hier, also die Leute, die da auch echt für sehr, sehr wenig Geld arbeiten, also, ich weiß nicht, das schlägt mir irgendwie übel auf. Okay, das ist ein Punkt, das höre ich auch immer wieder über das ganze Jahr, Cessi, ja, aber die armen Arbeiter, die so wenig Geld bekommen und so, und ich habe jetzt in einem Jahr wirklich, insgesamt mit, keine Ahnung, jeden zweiten oder dritten Tag spreche ich mit jemandem von denen, also mit den Arbeitern, mit dem Hausmeister, mit den Taxifahrern, mit den Leuten, die im Restaurant arbeiten, mit den Leuten, die im Fitnessstudio arbeiten, mit allen. Ich habe in einem Jahr mit allen geredet und die, die hier für unsere Verhältnisse wenig verdienen. Die Leute können sich immer nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern noch schlimmer ist, also, dass sie in einem eigenen Land zum Teil überhaupt keine Möglichkeit haben, die eigene Familie zu ernähren. Keine Möglichkeit. Stell dir mal vor, du bist, keine Ahnung, ausgebildeter Fliesenleger, aber dein Land ist am Arsch und du kannst, hast da nirgendwo einen Auftrag, du hast keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und in Dubai auf einmal suchen die Fliesenleger. Ohne Ende. So, und du hast die Möglichkeit, von einer Firma dahin geholt zu werden und natürlich lebst du in einem kleinen Raum. Natürlich hast du nicht, wie wir das bei uns denken, so, ey, jeder muss ab zwei Personen mindestens eine 80 Quadratmeter in der Wohnung haben. Wo leben wir denn? Das ist nicht die Welt. Das, wie wir leben, wir leben besser als 90 Prozent. Der Großteil der Menschen verdient nicht mehr als zwei Dollar am Tag. Okay? Wenn die Leute hierher kommen und arbeiten und sagen wir, wenn es nur für 400, 500 Euro ist, dann können die damit das Leben der Familie retten. Das ist die Realität. Und deswegen sind die hier unglücklich, weil sie nur 400 Euro verdienen oder sagen sie, ey, das ist die beste Möglichkeit für mich, hier, ich bin so dankbar. Und deswegen machen die auch keine Kriminalität oder gar nichts, weil die freuen sich, dass sie hier die Möglichkeit von Dubai bekommen haben. Die sind so stolz. Ich habe gesehen, zum Beispiel in Bush Khalifa, als ich da mal war im Fitnessstudio, die Leute, die da putzen, die haben dann mit ihrem Handy Fotos gemacht, so ganz stolz im Bush Khalifa mit dem Besen hier so in der Hand und dann sind wir reingekommen um die Ecke und dann haben die gesagt, oh, sorry, sorry, wollten wir nicht. Nein, nein, mach Fotos, kein Problem. Die sind stolz, dass sie hier nach Dubai kommen können, so viel Geld verdienen können, dass sie ihre Familie retten können. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, wirklich alle, mit denen ich gesprochen habe, sind mindestens schon 4, 5, 6 Jahre hier und sind gern hier. Alle. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, habt ihr andere Erfahrungen gemacht. Gerade weil mich dieser Punkt so interessiert und ich immer mit den Menschen rede, frage ich wirklich alle immer. Und das Einzige, womit die natürlich ein Problem haben, ist, dass die Familie im anderen Land ist und dass sie hier alleine sind und das ist natürlich traurig. Dann haben die Kinder da und dann vermissen sie die Kinder und so. Das ist traurig. Aber der Arbeitgeber, man kann immer einmal im Jahr, gibt der Arbeitgeber einem für einen Monat frei und die können dann nach Hause reisen. So, und das ist meine Erfahrung. So, ey, wir in Deutschland denken immer gleich, wenn jemand nicht 1.500 Euro verdient und mindestens in einer 1- oder 2-Zimmerwohnung allein lebt, dann ist es gleich die größte Abzocke der Welt. Nein. Realität. Okay, wir müssen in Deutschland mal so ein bisschen so, ey, lass mal, wir haben Glück. Okay, wir haben Glück, dass gerade keine Kriegssituation ist bei uns. Sonst würden wir vielleicht auch zu 30 in, keine Ahnung, in einer Wohnung sein. Okay, ey, diese Wohlstandsfalle, in der wir immer sind, ist krass. So, und das ist die Realität, wie es hier wirklich aussieht. Und deswegen kann ich nur sagen, gerade die Leute sind mega happy, dass sie die Möglichkeit haben, hier an sowas teilzunehmen. Und deswegen gibt es da auch keine Kriminalität oder gar nichts, weil, ey, die sind froh. So, was für Kriminalität. Puh, wow, ey, das waren echt viele Informationen. Vielen Dank, dass du mir das so ausführlich erklärt hast. Ich finde das wirklich sehr, sehr interessant. Und wow, ich muss echt mal drüber nachdenken. Vielleicht wäre Auswandern für mich auch ein Thema. Ja, also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt gerne drunter schreiben, ob ihr auch schon mal in Dubai wart. Ihr könnt gerne alles Mögliche drunter schreiben. Das war jetzt wirklich ein Video als Fazit für mich. Was kann ich sagen als Fazit? Ich habe ja, als ich ausgewandert bin hierher, haben ja ganz viele Leute gesagt so, ja, Cecil, aber, ey, das wird dir bestimmt auch nicht... Ja, wenn du dich im Urlaub wohl gefühlt hast, dann heißt das ja nicht, dass du dich... So, ey, ich fühle mich hier viel wohler, als ich es damals vor einem Jahr gedacht hätte. Also wirklich. Und von daher kann ich nur sagen, für mich, für mich, 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 ist Dubai eine Stadt, gibt's nicht. Also, für mich ist das, für mich ist es die schönste Stadt der Welt. Warum? Weil die Leute entspannt sind, weil man das ganze Jahr über tolles Wetter hat, weil man an den Strand gehen kann, man kann in die Mall gehen, kann Skifahren, man kann hier alles kaufen, man hat ein gutes Bildungssystem, man hat ein gutes Versorgungs- und medizinisches System, man hat hier alles. So, es ist für mich keine Steuern, man zahlt hier keine Steuern. So, es sind alles... Keine Kriminalität. Ich bin auf dem Kiez groß geworden. Kriminalität, ey, ich hab immer als erstes gedacht, was muss ich abschließen, wo muss ich meine Autotüte zumachen? Keine Kriminalität. Das sind alles Faktoren, wo ich sage, wo gibt's das auf der Welt? Wo? Vielleicht gibt's Städte, die auch cool sind, aber keine Kriminalität und noch keine Steuern und noch immer gutes Wetter und die Leute sind entspannt. Gibt's nicht. Und deswegen ist es für mich mein Fazit nach einem Jahr, ich bleibe definitiv noch länger hier und ja, ich hoffe, ich hab euch einen kleinen Einblick gegeben über Dubai und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es heute nicht um Ernährung ging oder Gesundheit oder irgendwas, aber vielleicht wollte irgendjemand da draußen was über Dubai hören und genau, das ist das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald, euer Coach, Sessi. Are you listening? Himmel Heim His His Heim